Kapitel 9 Im Juma-Schloss Als es dunkel geworden war, kamen leichte Rauchwolken durch die Enge zu uns herausgedrungen. Die Jumas hatten also drinnen ein Feuer angezündet. Wir häuften ebenfalls Holz im Eingang zusammen und steckten es in Brand. Wir hatten so viel Brennstoff zusammen gelesen, dass die Flamme die ganze Nacht hindurch genährt werden konnte. Emery suchte sich einen Platz im Gebüsch, wo er im Dunkeln saß, gerade dem Feuer gegenüber. So konnte er darüber hinweg ein Stück in die Enge hineinblicken und schon bei Zeiten jeden bemerken, der etwa herausdringen wollte. Nun war es für Winnetou und mich Zeit zu gehen. Ich ließ mir auch den Lasso des Engländers geben. Da hast du ihn, sagte er. Ich will hoffen, dass er nichts arreist. Wann werdet ihr oben eintreffen? Frühestens in fünf Viertelstunden, da wir nicht reiten können. Ist es euch nicht möglich, mir ein Zeichen zu geben, wenn ihr unten seid? Nein, denn das Zeichen würde uns wahrscheinlich verraten. Aber ich möchte euch doch gerne helfen, wenn es zum Kampf kommen sollte. So horch nach der Felsenenge. Gibt es gewöhnliche Schüsse oder sonstigen Lärm, so bleibst du auf deinem Posten und lässt niemand heraus. Hörst du aber den tiefen Knall meines Bärentöters, so befinden wir uns in Gefahr und du kommst durch die beiden Feuer hinein in den Felsenkessel. Sobald ich dich erscheinen sehe, werde ich dir zurufen, was du tun sollst. Es war jetzt im Canyon völlig dunkel. Unsere Seewerkzeuge aber waren so geübt, dass wir nicht an die Bäume rannten oder ins Wasser strauchelten und auch leidlich schnell fortkamen. Als wir dann das Tal des Flusses und nachher auch den Hohlweg hinter uns hatten, wurde es besser, denn die Sterne leuchteten uns zur Genüge. Wir schritten so rasch wie möglich vorwärts. Dennoch dauerte es über eine Stunde, bis wir oben auf der Hochebene am Rande des Talkessels angamen. Winnetou führte mich zu dem Baum, woran die Lassos befestigt werden sollten. Unten brannte da, wo die Felsenenge in den Kessel mündete, ein großes Feuer. Sonst war es dunkel. Kirchstinten Wenn ich die Huge nicht die Hübe nicht die Butterfahnd siamo zurück Untertitelung des ZDF, 2020